Was müssen meine Leute zu diesem Kapitel wissen? Die absolute Helligkeit. Erstmal das Konzept. Ich schiebe einen Stern in Gedanken auf 10 Paar Sekunden. Dann habe ich die absolute Helligkeit. Wenn er irgendwo steht, da wo er hingehört hat, das ist eine scheinbare Helligkeit, das vergleiche ich. Hier vielleicht ein interessantes Buch. Hat an der Stelle dieses E, was nach Energie klingt. Ich schreibe hierhin Leistung. Eigentlich das sauberste ist Leistung pro Fläche, wie wir es von der Solarkonstante kennen. Ich glaube, das war noch 1,3 Kilo. Watt, Kilowatt pro Quadratmeter. Allerdings, es ist ein Bruch. Wenn man die gleiche Fläche nimmt, kürzt sich die raus. Bei der Leistung, wenn man die gleiche Zeit nimmt, kürzt sich die raus. Von dem her ist es in dem Fall, ob man jetzt Joule oder Watt oder Watt pro Quadratmeter nimmt, das geht alles, weil immer die Verhältnisse gegeben sind. Aber am saubersten ist eigentlich diese Idee, wir haben eine Watt durch eine Fläche, Watt pro Quadratmeter. Wie viele Watt pro Quadratmeter liefert ein Stern an Energie? Diese Herleitung müssen Sie in der Klausur nicht wissen. Also die Watt pro Quadratmeter, vor allem mit der Kugeloberfläche, das brauchen wir bei der Sonne, bei der Solarkonstante. Diese Idee muss da sein. Aber das hier alles nicht. Und dann die Formel in der Aufgabe anwenden. Das geht schon. Ja, also diese Logarithmusgeschichte für Mathe lernen jetzt, das müsste aber nicht dran kommen. Was Sie können ist, hier haben wir diese typische Aufgabe 4, die erkläre ich jetzt dann gleich noch in einem extra Video. Die war recht schön.